Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel Gärtner. Tja, und jetzt sind wir hier immer noch in der Location, in der das Strategiespiel begonnen hat, nämlich der Kipp-Blaster von ewige Helden auf Rocks. Ich habe spontan hier in dieser alten Lagerhalle so ein Zementteil gefunden oder keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall kann man damit malen, das ist schon mal ganz wichtig. Und die nächste Aufgabe, die die Kandidaten zu erfüllen haben, die findet jetzt gleich am Nachmittag statt, ist Robin Hood. Bei dem Spiel Robin Hood haben die Sportler zu entscheiden, ob sie in einer Stunde den Pfeil, den sie geschossen haben, noch mal schießen oder mehrmals schießen, um sich zu verbessern, oder ob sie mit der Lage zufrieden sind. Also strategisches Geschick ist hier gefragt. Daraus machen wir gleich mal einen richtigen schönen Wettkampf mit dieser Kreide. Wenn ihr die Möglichkeit habt, malt ihr an eine Wand oder an eine Tafel einfach Zahlen. Und das Ziel ist, mit dem Stein dann in die Zahlen zu treffen. Und die Zahl, die ihr trefft, die steht für eine Anzahl an Liegestützen oder Kniebeugen oder was immer ihr auch wollt. So, jetzt haben wir hier die Zahlen von 1 zu 1. Und eure Aufgabe ist es, mit einem Stein auf diese Zahlen zu werfen. Trefft ihr nicht hinein, müsst ihr von jeder Übung immer 10 Wiederholungen machen. Trefft ihr hingegen hier in die Zahlen, macht ihr genauso viele, wie die Zahl eben vorgibt. So, und jetzt zieht es durch. Ich mache eine Workoutzeit von 5 Minuten. In 5 Minuten arbeite ich ununterbrochen. Ich werfe, ich führe die Übungen aus. Und jetzt geht es los. Von der ersten gleich Handy raus. Stoppuhr auf 0, 3, 2, 1. Let's go. Stoppuhr auf 0, 3, 2, 1. Oh, ich ziehe. 6, 1. 6, 2, 1. 5, 3, 2, 1. Sechs Hier gibt es die Begrüße, wer die Begrüße ist. Sechs Eins Sechs Eins Sechs In Na 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 Okay, jetzt geht's. Zeit ist um. 5 Minuten vorbei. So ein ganz kurzes, knackiges Workout. Und ihr könnt es variieren, wie ihr wollt. Ich stelle euch den Timer auf 2 Minuten. Macht eine Pause, dann wieder 2 Minuten. Oder macht zum Beispiel 10 Minuten durch. Der Vorteil ist, ihr könnt euch verschiedene Übungen einfallen lassen. Bei mir waren es jetzt 5 verschiedene Übungen. Wenn ihr natürlich auf 10 Minuten geht, dann macht ihr 10 verschiedene Übungen. So, jetzt bin ich fertig. Der nächste Dreh steht an. Es geht weiter mit Robin Hood. Und wenn es euch gefallen hat, schaut wieder rein. Gebt mir ein paar Likes und abonniert mich. So, jetzt muss ich aber vor. Ich glaube, die warten schon. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017